Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Bergbau-Nachrichten auf Rohstoff-TV heute mit Caliber Mining, Canada, Nickel Oil, Cisco, Gold Retis und Gold Mining. Caliber Mining gab bekannt, dass die zuständigen karakuanischen Behörden dem Unternehmen die wichtigsten Umweltgenehmigungen für die Erschließung und Produktion der Tagebau-Mienen auf der Goldlagerstätte Wolken, die sich etwa 5 Kilometer südlich der Mühle Libertat befinden, erteilt haben. Bei einer ersten Tagebau-Ressource von durchschnittlich 2 Gramm Gold pro Tonne bestätigten die Bohrung im Jahr 2023, dass die Lagerstätte eine höhergradige, oberflächennahe Goldmineralisierung beherbergen kann. Mit dem Erhalt dieser wichtigen Genehmigung in der Nähe von Wolken zur Mühle Libertat, die über eine Überschusskapazität von mehr als einer Million Tonnen verfügt, ist zu erwarten, dass die Lagerstätte in der zweiten Hälfte des Jahres zum Produktionsprofil des Unternehmens beitragen wird. Mehrere Explorationsliegenschaften in einer neuen Tochtergesellschaft hat Canada Nickel. Das Unternehmen hat mit Noble Mineral Exploration Inc. eine verbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, wonach Canada Nickel und Noble bestimmte Bergbau-Liegenschaften einschließlich des bestehenden Joint Ventures MAN in ein neues Privatunternehmen, die sogenannte Explore Co., einbringen werden, um ihre jeweiligen Beteiligungen am Portfolio der Nickel Projekte nordöstlich von Timmins in Ontario zu konsolidieren. Als Teil der Transaktion wird Canada Nickel den Anteilsbesitz an den Abbaurechten und den Zugang zu den Oberflächenrechten für bestimmte Schlüsselpatente in diversen Townships, die derzeit von Noble gehalten werden, konsolidieren, was die zukünftige Entwicklung von Crawford und anderen nahegelegenen regionalen Liegenschaften, die sich im Besitz von Canada Nickel befinden, erleichtert und vereinfachen wird. Explore Co. wird 1989 Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 42.000 Hektar kontrollieren, die Nickel-Liegenschaften in den Townships MAN, Newmarket, Real sowie Calder, Garner, McCool, Modi, Mortimer, Stimson und andere Liegenschaften, die sich derzeit im Besitz von Canada Nickel befinden, umfassen. Die ersten 5 Millionen Dollar der Finanzierung von Explore Co. werden aus den vorhandenen Mitteln von Canada Nickel bereitgestellt. Danach werden die Kosten durch die anteilige Beteiligung von Canada Nickel 80% und Noble 20% finanziert. Canada Nickel und Noble werden ihre bestehenden Royalty-Rechte an den Explore Co. Claims beibehalten, ebenso wie frühere Claim-Eigentümer, die ihre Claims an Noble verkauft hatten. Osisko Gold Royalties erwirtschafteten im zweiten Quartal 2024 über 20.000 zurechenbare Unzen Gold-Aquivalent, sogenannten Geos und verzeichnete vorläufige Einnahmen aus Royalties und Streams in Höhe von 64,8 Millionen Dollar und vorläufige Umsatzkosten in Höhe von 2,2 Millionen Dollar, was zu einer Rekord-Cash-Marsche von etwa 62,6 Millionen Dollar oder 97% führte. Zum 30. Juni 2024 belief sich die Bargeldposition von Osisko auf etwa 65,7 Millionen Dollar, nachdem im zweiten Quartal 44,2 Millionen Dollar an Rückzahlungen für die revolvierende Kreditfazilität des Unternehmens getätigt wurden. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2024 87,9 Millionen Dollar zurückgezahlt. Die revolvierende Kreditfazilität des Unternehmens war Ende Juni 2024 mit etwa 109 Millionen Dollar in Anspruch genommen, wobei ein zusätzlicher Betrag von 441 Millionen Dollar zur Verfügung steht, der in Anspruch genommen werden kann, zusätzlich der nicht gebundenen Kreditlinie von bis zu 200 Millionen Dollar. Goldmining konnte weitere Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen Bohrung bei Sao-George bekannt geben. Diese bestätigen eine zusätzliche Mineralisierung einschließlich 19 Meter mit einem Gehalt von 1,24 Gramm Gold pro Tonne. Die Ergebnisse dieser beiden Bohrnüchte in der Nähe der westlichen bekannten Ausdehnung der Hauptlagerstelle Sao-George tragen dazu bei, den Mineralisierungskorridor abzugrenzen. Weitere orientierte Diamantkernbohrungen werden dazu beitragen, diese Zonen zu modellieren und das Vertrauen in die Ressource zu verbessern. Darüber hinaus wird das Steckenbohrprogramm fortgesetzt, um die Lithologie des Grundgesteins zu kartieren und geochemische Proben des In-Situ-Sapolids zu entnehmen, das sich unterhalb breiter oberflächlicher Bodenanomalien befindet. Es wird erwartet, dass dies dazu beitragen wird, Vektoren in Richtung möglicher Neuerzonen mit Mineralisierung im Grundgestein zu definieren. Weitere Updates zum Bohrprogramm bei Sao-George werden schon bald folgen. Sie finden alle Informationen auch auf unserer Commodity-TV, in Deutsch und Englisch sowie alles rund um das Thema Rohstoffe. Wir freuen uns über einen Like und viel wichtiger, abonnieren Sie einfach unseren TV-Kanal. Bitte beachten Sie den eingewendeten Disclaimer. Die besprochenen Aktien sind oder werden Teil des SAC-Mining Special Situation Certificates und ich bin Aktionär der Unternehmen. Vielen Dank für's Zuschauen und Servus aus Österreich! Vielen Dank!